Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 The Conquerors. Ja Leute, wir sind inzwischen wunderbar am reindrücken, haben jetzt noch ein paar neue Priester in Auftrag gegeben, damit wir schnell die Reliquien hin und her tragen können und eigentlich sollte der Gegner nicht mehr viel haben. Und da stört er uns noch immer wieder mal mit seinen Priestern, aber auch das ist eigentlich ein lösbares Problem. Ja genau, da kommt noch so ein bisschen irgendwelche Vorwürfe. So genau, schnell autostützen, perfekt. Auch kaputt. Was? Aha. Ja, ich glaube. Der Cumpelinho hat nicht mehr viel. Oder die Cumpelinhos, es sind ja immerhin zwei. Komm schon, aus der Distanz müsste er treffen. Macht mich nicht traurig. Jetzt würde er gar nicht gehen. Oh, oh, eine Burg. Wie frech. Kommen eigentlich unsere... Ah ja, ja, die kommen. Schau noch, irgendwann. An. Oder so. Die Burgenschützen schicken wir doch auch gerade rüber. Oh, perfekt, 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 stopp, halt. Jetzt aber. Du. Tempel. Ähm. Ihr. Kommt mal bitte auch hier rüber. Ihr alle kommt doch auch mal rüber. Genau. So, Aufträge erteilt. Einen Kloster werdet ihr vielleicht noch zerstören. Oh. Ah. Sehr hübsch. Da hätten wir auch schon die nächste Reliquie. Wo ist unser Priester? Priester. Reliquie. Was macht der denn jetzt wieder? Lustig. Irrelevant. Ja, jetzt hat's ordentlich was am Conquistadoren dabei. Jetzt geht das schnell weg. Hat's. A zwar. So schnell machen die das nicht kaputt. Hallo. Voll langweilig. Haben wir noch ein Zwar? Haben wir nicht Priester in Auftrag gegeben? Bin ich blöd? Ich dachte, wir haben doch Priester in Auftrag gegeben. Ach so. Ja, aber die sind auch nicht dort. Boah. Ne, wir haben da nichts in Auftrag gegeben. Schwimmst du jetzt? Ah, sehr schön. Aber wieso eigentlich nicht? Wir haben doch Priester das letzte Mal in Auftrag gegeben. Jetzt macht er so was, hm? So, schwimm mal. Bitte. Wunderbar. Entdecke. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Konstruieren mal. Ihr habt auch alle nichts zu tun. Oh Gott. Gott. Stopp. Halt. Komm nicht nach. Alter, langsamer Typ. Okay, ja. Macht mal irgendwas lustig, irrelevantes. Da hat es eine Burg. Da hat es eine Burg. Wer hat es noch irgendwo? Wo ich beide... Auch. Burg. Okay. Wieso haben wir keine Priester besch... Ach so, die sind... Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nimm, nee, 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 nee. Haben wir jetzt eigentlich drei Reliquien hier? Eins. Zwei. Nö, irgendwo gibt es noch eine. Irgendwo muss es noch eine geben. Wie kommen wir da nicht durch? Ach Gott. Sagt mir nicht, dass da... Da ist keine Mauer. Mann. Hey. Ich war jetzt gerade fast froh... ...um dein taktisches Geschick. Aber nein. Macht er sowas. Dann macht er einfach sowas. Ei, 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 ei. Okay, das sieht nach dem letzten Fisch aus in der Gegend. Dann können wir eigentlich auch umbauen. Auf die Seite. Okay, du bringst die Reliquie zurück. Du darfst dann wieder laufen. Oh. Jungs und Mädels. Oh, Jungs und Mädels. Oh, Jungs und Mädels. Halt. Also jetzt kommen wenigstens drei Priester endlich mal. Zum Zug. Und so. Bands. Das sind nicht unsere. Mhm. Guck mal hier rüber. Müsst sie schon decken. Oh Gott. Oh ja, jetzt. Jetzt. Jetzt will er es wissen. Und jetzt kommt der Typ. Wartet es noch ab. Ähm, wie viel haben wir jetzt verloren? Ne, bitte. Okay, eins, zwei. Also zwei kommen noch, he? Zwei kommen bitte noch. Nein. Nein. Ah nein. Das ist doch nicht. Bitte, bitte, bitte. Ah, ich bin nur leicht verwirrt, ne? Nur ein bisschen. Jetzt haben wir ja theoretisch noch da hinten ganz viele tolle Typen, die irgendwelche Sachen machen. Ja, na genau. Guck mal doch alle runter. Die Wurpe haben da schon schön zerfetzt. Ja, gut. Aber unsere Leute werden da schön zerfetzt. Das ist ungünstig. Zieht doch mal da so ein bisschen zu. Oh Gott, die werden nicht nur zerfetzt, die werden zerfleischt, vernichtet, auseinandergefitzt. Das kann ich nicht mit angucken. Das macht mich traurig. So. Kommt. Macht mal die Wurpe weg, die macht auch viel zu viel Schaden. Die macht viel zu viel ungünstigen Schaden an uns. Ich muss doch nicht operieren, das ist übel, was die da machen. Oh, oh oh... Du 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 du.... Nein... Nein... Jungs, Jungs... Euer verdammter Ernst. Wesster was da nun geht doch drauf. So ist es nun mal. Wenn er nicht rechtzeitig ankommen könnte, dann müsste er halt dort stehen. Dann wird er halt niedergemessen, was passiert. Demnächst, demnächst ist die Burg weg und... Und... Yes! Jawoll! So, wie viel fällt uns inzwischen? Okay, Priester retten wir alle. Oh ja, da fällt noch einiges. Da haben wir jetzt einiges verloren. Das ist eine richtig doofe Engstelle hier. Also der Gegner deckt sich natürlich wunderbar. Unsere Leute sind einfach ein bisschen unfähig. Da! Da! Genau, richtig! Genau, richtig! So, da noch ein paar Türchen und dann... Was ist denn da rum? Ein Turm. Alles klar, der Turm muss weg. Der Turm muss definitiv weg. Alle müssen weg, aber... Das sieht sogar einigermassen okay aus. Ein bisschen Nachschub. Ah, ja, einer kommt bald. Ah gut, der ist auch bald zerstört. Jungs! Ja, der Rambock ist eben auch nicht... Hält auch nicht ohne... Ah, nein! 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 Was ist denn da? Achso, die Burg ist fertig. Wunderbar. Wunderbar. Wunder viel. Ich würde sagen, dann bau mal so ein Ding. Hier hin. Hm. Hier, richtig. Da, 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 da. Da, 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 da. Genau, und raus hier. Ja. Das ist nicht mehr geschafft. Schade. Okay, da haben wir noch irgendwelche Einzelkämpfer. Die einfach lustig finden, irgendwas zu machen. Oh Gott. Das kommt ja nie an. Dann ist da was, Jungs. Sei doch auch nicht schlecht. Jawohl. Richtig. Genau, Nachschub. Oh wow. Die sind aber schlecht. Okay, lassen wir diese unnötige Übung. Unnötige Übung definitiv. Ah, da kommt schon der Rumbruch. Leute, 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 lasst sie, lasst sie einfach rumflämmchen. Das ist alles okay. Ach Gott. So viel kann ich nicht nachproduzieren, wie er drauf geht. So viel kann ich nicht nachproduzieren, wie er drauf geht. Gegen die blöden Türme, ne? Ich glaube, ich muss euch irgendwo weit hinten stellen. Ich glaube, ich muss euch irgendwo weit hinten stellen. Dass da nicht einen dämlichen Krieg geht. Ähm, Priester. Genau. Da hätten wir noch eine Reliquie. Ja, okay. Ok. 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 Ah, jetzt, hm? Jetzt wollen sie in den Krieg ziehen. Ok. Ok, ok. wägen, dann hast gar kein Problem mehr. Dann können sie effektiv weiter hinten stehen und unsere Raumböke machen, einfach die restlichen Türme schnell mal fertig. Zur Zeit ist es halt noch, man darf nicht so weit weg gehen. Komm jetzt. So, das da unbedingt. Genau, perfekt. Gut, eigentlich könnte er auch sehr gerne mit werden. Redender abknallen. Redender. Genau. Genau so muss das. Wir brauchen Nachschub ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Okay. Ah, habe ich eigentlich einen dritten? Ne, habe ich nicht, ist ja klar. Aber noch einer kommt doch irgendwann, oder? Irgendwo. Rollt doch bestimmt irgendetwas Tolles zu mir. Yes, da ist er. Yohoi. So, jetzt könnt ihr einfach da rumstehen und nichts Blödes machen, ne? Minimieren wir doch unsere Verluste. Es geht so nicht weiter. Genau, du, Produzier, sind aber schon mal hier rüber. Perfekt, gerade noch rechtzeitig. Sonst noch Arbeitslose. Oh. Und das sind unsere Steinmenschen. Was gibt es noch Tolles? Da gibt es noch Gold, sehe ich gerade. Dann holt es mir doch. Sonst noch Leute, die nichts zu tun haben. Ihr habt noch was zu tun. Ihr habt noch Fisch? Nein, ihr habt auch keinen Fisch, ne? Was ja auch schön. So, jetzt. Genau, habe ich es mir doch gedacht. Habe ich es mir doch gedacht. Ich würde sagen... Du läufst jetzt gerade nach hier hinten und baust mir einen Hafen. Einen neuen. Versteht sich. Weil wir dringend Nahrung brauchen und man sieht es, ne? Also äußerst dringend. Ohne sind wir raufgeschmissen. So, das da oben sieht eigentlich so aus, als... Priester läuft doch nach oben, oder? Läuft irgendjemand? Nach oben und... Ja. Der ist schon direkt. Aber das da oben sieht noch aus, als könnte es da oben auch noch ein Artefakt geben. Das letzte. Das vierte. Und da gab es ja nur drei. Also bis jetzt haben wir nur drei. Also zwei haben wir geholt. Eins sehen wir da noch. Eins müsste noch irgendwo sein. Hört mal auf. Ja, aber eigentlich haben wir das jetzt gebunkt. Das ist wunderbar. Jep. Perfekt. Das war das Artefakt. Ich höre dich. Ähm. Ihr könnt ja grundsätzlich alle euch mal hier hin platzieren. Ach, bis wir alles gefunden haben, können wir noch ein bisschen Gold von den Artefakten holen, ne? So ist es nicht. Boy. Ah ja. Unser Konquistadorenarmee. Oh yeah. Das ist cool. Perfekt. Dann gehst du weiterhin Holz fällen, damit die Wüste auch schön groß wird. Genau. Fagoda. Reih mit euch, Leute. Müsst euch noch suchen, was es da so gibt. Zum Angreifen und so. Mauern. Okay, alles klar. Mauern ist immer unkund. Oh yeah. Mitwirken. Perfekt. Obwohl ich sehe da kein Kloster. Kein Reliquien. Nein, tende, tende. Genau. Oh, auf den Burg. Oh, auf den Burg. Ai, 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 ai. Die Burg ist böse. Alle, stopp. Bitte alle raus. Genau deswegen. Gelegen. Weiter geht's. Die Burg ist echt böse. Die müssen in der Weg machen. Bei Gelegenheit. Was macht da wieder was? Ehrlichst unnötiges. Okay. Ein bisschen chaotisch jetzt gerade, weil alle irgendwo irgendwas machen. Aber grundsätzlich sind wir am besten zum Gewinn. Also, was soll's. Drei. Können noch ein bisschen Nachschub gebrauchen. Nachschub ist generell immer gut. Okay. Ja, ich würde sagen, machen wir doch zuerst mal die Burg weg. Oder da. Ist eigentlich egal. Ja, aber Leute. Diese Burg, die wird erst in der nächsten Folge fallen. Denn diese ist schon zu Ende. Und ja, ich würde sagen, es läuft eigentlich wirklich, wirklich gut. Wir müssen einfach noch das letzte Artefakt finden. Und dann alles zum Imam rüberbringen. Und dann hätten wir schon gewinnt, ne. Also, so lange wird es nicht mehr dauern. Und an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss. Ciao.